Eine kleine Ankündigung, und zwar, liebe Gäste, der Erste und Abonnementen, der 1. September ist der Weltfriedenstag. Und ich habe mich bereit erklärt, nach München zu kutschen, denn dort wird eine große Friedensdemo stattfinden. Lisa Fitz wird dabei sein, und wenn Sie mit dabei sind und die Fackel weitertragen, wird uns der Frieden gelingen. Den Frieden erzwingen, Atombombe ächten, die Heimat lieben. Keine weiteren Waffen in Krisengebiete. Und jetzt zitieren wir mal die Grünen, wir müssen sie beim Wort nehmen. Und deswegen mache ich bei der Friedensverhandlung in München mit. Notfalls, auch das will ich sagen, wenn die Obrigkeit es nicht begreift, müssen wir nochmal mit Kerzen auf die Straße. Wie 1989. Aus dem Osten kommt das Licht. Und ich verneige mich vor allem bei meinem Freund Dieter Dehm, der diese Aktion in München mitgestartet hat und immer unermüdlich versucht, alle zusammenzubringen. Leute, wir haben nur das eine Leben und nur den einen Planeten. Also, 1. September München, ich zähle auf Sie.